Da ist doch bestimmt was drauf, oder? Sicher bin ich mir da nicht, aber... Ja, komm. Ja, was? Darf ich da nicht drauf, oder was? Das gibt's doch nicht. Doch, ich darf da drauf. Okay. Oh, natürlich ist da oben was. Achso, da darf ich gar nicht rein. Nee, okay. Das ist nur eine Gegnerröhre, aber nichts zu... Okay, gut, 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 gut. Aber wie ist es, habe ich da was gefunden? Unzufrieden. Da ist sonst nichts versteckt. Okay, die nehmen wir mit, klar. Aha. Da ist doch was Tolles. Das war zu erkennen. Kommt man doch von hier aus dann, da hoch. Ja. Okay, haben wir. Gut. Hi, mein Freund. Den haben wir auch, okay. Das ist schon ein bisschen komplizierter hier, ne? Schon, schon, schon. Aber wir haben lange nicht alles gefunden. Das ist schade. Trotzdem werden wir dieses Level jetzt nicht noch einmal machen. Es fehlen zwei Blumen alleine. Und eine Menge Wollknäule. Wow. Okay, das ist Level... Das ist nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Blumen? Dann können wir das K-Level nicht mal... Äh, das S-Level nicht mal machen. Okay, es fehlt alles. Es fehlt alles. Äh... Ich schreibe einfach alles hin. Scheiße. Puh. Okay. Das ist hart. Das ist hart, das Level. Werden wir uns aber immer noch mal genauer vornehmen. Mhm. Ach ja. Oha. Draußen holt gerade ein Hund. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. So. Das heißt, es gibt auch keinen neuen Yoshi, weil wir natürlich nichts haben. Vielleicht werden wir in dem Level schlauer. Ich denke... Ja, wir sind jetzt auch gerade im letzten Part der Aufnahme, denke ich. Vielleicht erreichen wir noch ein Level mit 100%. Würde schön sein. Ja, doch, 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 doch. War das ein Shy Guide, der an einer Wand hing? Das sah so aus, ne? Schalrollenschikane. Okay. Bin gespannt. Yoshi. Ach Gott. An den Netzen hängen. Ach, ich selbst kann... Doch, ich kann auch. Na, geil. Super. Ich bin tot. Nein. Aber das Geile ist, dass ich halt... Aber ich kann da keine Wollknäue drauf machen. Interessante Technik aber auf jeden Fall. Kann ich denn da oben rein? Ne, sowas geht anscheinend nicht. Aber das geht. Ein Wollknäue. Okay. Ich gucke mich mal eben hier unten... Ach Gott. Hier wieder. Äh, der hat einen Teppich erstellen lassen. Okay. Interessant. Da kann ich mal... Komm mal raus da. Er will nicht. Jetzt will er. Guten Hunger. Da ist nichts in dem ganzen Abgrund. Okay. Die scheinen aber auch nicht wieder zu kommen, die Gegner. Das ist schon mal schön. Na gut. Was haben wir denn da? Das wusste ich gleich, dass das geht. Ich kann da Wollknäue drauf spucken. Ja, so war. Was hat's gebracht? Okay, hier ist schon ein Checkpoint. Ach du meine Güte. Ach, da wird der... Ach, da wird der Schal aufgerollt. Wie geil. Super. Da muss ich mich dann wieder beeilen, weil wenn die Ballons weg sind, fallen natürlich die Sachen auch ab, ne? Das kennt man ja auch schon aus alten Yoshi-Teilen. Ach, super. Und weg. Ich muss mich... Ja. Aber das ist ja auch wieder ätzend, ne? Oh. So, geht doch. Die könnte meinetwegen alle verrecken. Okay. Habe ich verstanden. Da unten könnte was sein, aber ich spekuliere jetzt mal drauf, dass da nichts ist. Okay. Nehmen wir das mal mit. Was hat denn der dafür sorgen? Der sah ganz anders aus als die anderen. Ich weiß nicht, ob der was Besonderes war. Jedenfalls jetzt ist er nichts Besonderes mehr. So, wir sind auf jeden Fall noch im Rennen, was die Wollknäule angeht. Das ist schon mal schön. Ich habe ein bisschen Angst, das ist so. Okay. Das war keine gute Idee. Es war verlockend. Ich gebe es zu. Okay. Okay. Jetzt ist dieser andere auch gar nicht mehr dabei. Okay. Da war das Ding. Ja. Da sieht man doch was. Ja. Und da hat man auch gesehen, dass das auch ein Geheimgang sein muss, auf der anderen Seite. Oh, da ist eine Wolke. Wie mache ich denn das bitte? Ah. Ne. So geht es auch nicht. Wie mache ich denn das? Okay. Oh. Das war gut, dass ich die getötet habe. Ja. Wie mache ich denn? Ich kann ja hier nicht in der Luft schießen. Ist das so gewollt? Ja. Ah. Ah. Okay. Habe ich auch gecheckt, ja. Okay. Ja. Interessant. Der nächste Checkpoint. Okay. So. Okay. Sehr gut. Ah, voll. Das kam mir gerade auch so sonderbar wenig vor hier an der Stelle. Aber gut. Mal gucken. Ach, nicht ihr schon wieder. Ah, fuck. Ich bin runtergefallen. Nein. Ich weiß nicht, wie viele Sterne ich jetzt habe. Äh, Herzen. Also, der ist schon mal weg. So. Mal gucken, was das ist. Aha. Wunderschönes. Ui. Okay. Mal hoch. Nee. Ah, das ist doch schön. Ah, ich habe die erste Blume verpasst. Gibt es doch nicht. Ich kriege gar nichts mehr auf Anhiefe und so den Eindruck. Okay. Okay. Okay, dann muss ich wieder den Gegner hochschmeißen. Das ist schon irgendwie witzig mit diesen Teppichen. Und die Farben gefallen mir. Ah, guck mal, was da ist. Ist da auch noch was hier drin? War da rein, Kämmer? Ja, sehr schön. Was haben wir da? Ach, Gegner besiegen. Ja, gut. Kriegen wir aber hin. Okay. Aber noch zwei. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Blume. Ja, super. Ja, warum ducke ich mich denn da? Ich wollte eigentlich wegrennen. Aber es gibt sogar noch andere Sachen. Ey, ich habe schon zwei Blumen jetzt verpasst. Ey Gott, ich bin richtig schlecht, ne? Ich bin richtig schlecht. Dafür habe ich wahrscheinlich die Wollknäule alle. Ja, okay. Okay, geht doch. Ich warte mal. Okay, da wollen wir mal eben hier die Wolle einsacken. Wir haben alle Wollknäule, tatsächlich. So, das ist natürlich auch hier ein Scheißding hier. Ich habe Angst. Okay. Ich ahne, Schlimmes. Ich glaube, wir fehlen wirklich nur die Sonnen. Mal gucken. Oder vielleicht auch nochmal reingehen. Hm, was habe ich denn da jetzt alles verpasst? Mal gucken. Oh, wir haben auch nicht mal alle Blumen. Äh, Herzen. Mal ein Stempelkissen. Ja, das würde ich gerne noch einmal machen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, wir haben auch ein bisschen Zeit. Haben wir noch? Ich würde jetzt lieber noch ein bisschen Backtracking machen in einigen Belangen vielleicht. Also dieses Level nochmal, dann vielleicht auch ein anderes. Kein neues Level jetzt noch anbrechen. Das wird sich auf meiner Liste auch ein bisschen zu unübersichtlich. Wir haben auf jeden Fall nochmal einen neuen Yoshi bekommen. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Was bist du denn für einer? Schal-Yoshi. Och, nö. Ich behalte den, den ich habe. Das machen wir nochmal als Level, würde ich sagen. Zwei Blumen. Ähm, okay. Ja, ein Spieler ist klar. Ähm, machen wir ruhig mal. Ja, dass ich weniger Schaden kriege, ist ja immer ganz sinnvoll. Wobei, hier könnte man auch in Abschluss... Ja, wohl abgrund fallen. Ne, bringt jetzt ja gar nicht so viel. Ne, ist schon okay so. So. Dann nochmal Ausschau halt. Welche, welche Blumen fehlen mit dir? Wird das da angezeigt? Die erste und die dritte. Also die erste direkt. Das ist schon ein bisschen hart, ne? Ja, ich sehe sie. Ne, das war das Volknoll. Ah! Mein Gott. Das ist die Frage, ist das hier wichtig? Ne. Was ist hier denn? Ah! Ist er das? Ne. Aber ich glaube... Ne, den hatte ich anscheinend. Okay. Den hatte ich sogar anscheinend. Ah ja, ich kann ja gar nicht drauf. Ja. Hm. Aha. Was haben wir denn da? Ach, das war das Ding. Okay. Ach, das geht auch. Interessant. Wüsste ich gar nicht. Was alles funktioniert, ne? Hm. Die erste Blume. Wo kann denn die sein? Habe ich die jetzt schon verpasst, oder nicht? Das ist die Frage, ne? Wir gehen nur noch mal weiter. Es ist ja noch nichts, wo man nicht wieder zurückkommt. Hahaha. Okay, da waren auch noch Edelsteine bei. Okay. Das war, glaube ich, nicht verkehrt. Das war jetzt aber die erste Blume, nehme ich an, ne? Ja, das war die erste. Gut. Aber es fehlt halt noch eine zweite Blume, ne? So könnte die sein. Da oben ist was. Ah ja, gut, da war er ja schon, richtig. Aber da gehe ich trotzdem gleich noch eben hin. Die zweite Blume hatten wir. Ich glaube, die dritte fehlte noch. Okay. Sehr gut. Das ist aber... Okay, doch. Ja, ist was Vernünftiges. Aber das hatte ich schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Da oben. Das sieht alles sehr normal aus. Okay. Hier war was. Ja, doch, das habe ich eingesammelt. Und da gab es auch noch ein paar Edelsteine für. Genau. Aber auch keine Blume. Hm. Aber die dritte Blume ist ja wieder die, die fehlt. Und daher könnte ich mir schon vorstellen, dass hier doch irgendwas ist. Ah! Okay. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg, Leute. Wir haben auch ein Stempelkissen gekriegt. Ja, 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 ja. Oh, wenn ich jetzt doch alle, alle Herzen sammle, dann könnten wir es haben. Wir haben jetzt gerade alle Herzen. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen vorsichtig hier durchmarschieren, würde ich sagen. Dann haben wir es. Das da mal mit. Ach ja, das war das Gedöns. Machen wir ruhig nochmal. Na, kann ja nicht schaden. Es gibt ja Geld. Es gibt ja Geld. Von daher ist das auf keinen Fall schlecht. Sehr witzig. Häng so fest. Okay. Ups, der wollte sich gerade nicht so wirklich festhalten. Ach, was geht das hier denn los? Äh, wie wird das denn noch? Brauchen wir einen Gegner, ne? Nehmen wir den mal in den Mund. Ja. Nimm mal das kleine Bonusröhrchen da oben auch noch eben mit. Sehr schön. Okay. Zack. Wunderbar. War das nicht wieder... Ach, das war das mit Fressen, ja. Okay, die beiden noch. Ah, gab es sogar noch Edelsteine. Wusste ich nicht mehr. Also, die Blume, klar, da hatte ich Erinnerungen, aber... So, zack. Sehr schön. Da hängt wieder einer über Kopf. So, das habe ich ja gemacht, genau. Oben war ich ja logischerweise auch drauf. Ja, zum Einsammeln ja schon. Ah! Ja, scheiße. Oh Gott, der hat mich gerettet. Ah, wie ist... Ha! Jetzt habe ich die Herzen aber nicht mehr. Oh. Scheiße. Das ist natürlich jetzt doof. Okay, das waren die Wollknoe. Die hatte ich aber auch schon. Die machen wir erst mal weg. Okay, so. Ja, machen wir das ruhig nochmal mit. Das haben wir nochmal nicht geschafft. Ja. Das fängt uns mit Sicherheit. Ja, toll. Jetzt habe ich keine Herzen. Aber gut, die... Da warten wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Oder hatte ich die? Ne, die hatte ich noch nicht. Schade. Aber ich glaube, den Rest müsste ich jetzt haben. Wenn nicht, schreibe ich es mir natürlich auf. Und... Ja. Alles andere haben wir jetzt. Ja. Natürlich haben wir jetzt alles andere. Oh. Okay, drei, drei. Herzen. Aufgeschrieben. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich würde jetzt vielleicht nochmal irgendein Level nehmen, was wir vorher noch nicht hatten. Und das versuchen mit allen Herzen hinzukriegen. Beziehungsweise habe ich gerade eine Idee, was man vielleicht mal eben schnell schaffen könnte. Das ist sehr gewagt, ich weiß. Aber ich probiere jetzt mal was. So, jetzt gibt es... Keinen neuen Yoshi, nee. Äh, wir gehen mal eben zurück in Welt 1. Ich will jetzt nochmal eben die letzten fünf Minuten hier noch was probieren. Komm mal her. So, wir haben ja... ...den hier. Und natürlich ein Spieler. Und wir wollen... Du kannst nicht in Abgrunde stürzen. So. Wir haben hier ja alles, glaube ich, bis auf die Herzen. Und das versuchen wir jetzt nochmal. Ich muss am Anfang die Sachen da einsammeln und dann ist gut. Also, ich brauche ja eigentlich gar nicht. Genau. Hier muss ich jetzt halt fressen, fressen, fressen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich brauche ja in jedem Fall alle Herzen hier. Aber das andere ist ja unwichtig sogar hier. Das war jetzt doof. Immer nochmal. So. Ich muss die alle kriegen. Okay. Und jetzt darf ich halt keine Energie verlieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Und gleichzeitig auch die Challenge. Eigentlich muss ich jetzt ja nur vorsichtig durchkommen. Ich glaube, es gibt auch noch wirklich... ...nur wirklich eine... ...kritische Stelle. Ja, toll. Okay, jetzt... ...jetzt kann ich mich töten lassen. Kann ich einfach Level neu starten machen? Ja, dankeschön. Okay, danke. Vielleicht habe ich das sogar schon mal rausgefunden und habe es wieder vergessen. Also, wie gesagt, es ist jetzt keine Garantie, dass wir es jetzt auch packen. Ich möchte es einfach nur... ...no mal probieren, weil ich jetzt hier diese... ...ja, ich muss hier eigentlich nur noch... ...scheiße. Kann ich schon wieder vergessen. ...ah, ne, ich hätte es auch vorher schon schaffen können, natürlich. Aber da wir jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit haben, da probiere ich es noch einmal ein bisschen on-screen. Und, ähm... ...ja. Wenn es nicht klappt, dann ist es so. Upsala. So, und jetzt werden wir uns gleich die Herzen holen. Der Hoffnung, dass das auch... ...funkt schon nuggelt. Ah, ist die Zeit echt schon ein bisschen knapp? Okay, wir haben sie. Jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen, ne? Am besten, ich gucke mir das echt in Ruhe an, was jetzt passiert. Okay. Hier kann ich vernünftig draufstehen. Die ist mir vielleicht ein bisschen gefährlich sogar, die Blume. Okay. Schlecht. Okay. Das war schlecht. Weil das darf ja halt nicht passieren. Äh, äh. Ja, einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch machen wir noch, meine lieben Freunde. Und dann ist die Aufnahmesession für heute beendet. Dann sind wir wieder gut dabei. Ach, Quatsch, brauche ich denn da. Brauche ich doch gar nicht. Alles unwichtig. Ich will nur mit allen Herzen durchkommen. So. Okay. Nase juckt. Dennis-Krankheit. Ach. So, komm her. So, haben wir es wieder. Und es gibt halt keine weiteren Herzen, die so im Speziallevel, das ist das Problem. Und deswegen müssen wir damit irgendwie auskommen. Okay. Sehr gut. Okay. 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 So, das sind normale. Einfach mal jetzt ganz ruhig das Versuchen durchzuziehen. Okay. Das ist jetzt auch wieder so eine Stelle, die scheiße ist. Okay. Hat geklappt. Ist das so normal? Ja. Okay. Ich muss hier einfach aufpassen. Nein. Das... Okay. Ja. Und da wäre das... Das wäre das Ziel gewesen. Scheiße. Ja gut. Ich gehe jetzt trotzdem raus. Hätte er klappen können. Ich will nur gucken, ob das noch stimmt, was ich in Erinnerung habe, dass ich hier nur noch die Herzen brauche, weil sonst war das alles für die Katz. Ich meine schon. Ich glaube, hier fehlen nur noch die Herzen. Gucken wir mal hier schnell. Ah, das kriegen wir... Ja. Das kriegen wir aber irgendwann noch hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, meine lieben Freunde. Das war die diesmalige Yoshi's Island. Nicht Yoshi's Island. Yoshi's Woolly World Session. Ich hoffe mal, dass ihr wieder Spaß hattet. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der dritten Welt angekommen und werden da auch fröhlich weitermachen beim nächsten Mal. Und ich denke, ja, wir werden das auf jeden Fall irgendwann mal 100% beenden. Vielleicht werde ich einiges mal offscreen machen. Das muss ich gucken, wie das in Zeittechnischen haut. Aber noch so wäre er ganz gut dabei. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Euer Alex sagt tschau. Bis zum nächsten Mal.